Willkommen zum zweiten Kapitel der Lektion, bei dem es um die Grundaufgaben der Kombinatorik geht. Sie kennen ja aus der Schule vielleicht noch die Grundaufgaben der Prozentrechnung. Prozentwert bestimmen, Prozentsatz bestimmen, Grundwert bestimmen. Und auch für solche Anzahlbestimmungen, wie sie uns heute interessieren, kann man solche typischen, wiederkehrenden Problemstellungen formulieren. Gegeben sind dabei immer zwei Anzahlen, die wir n und k nennen. n sind die Elemente einer Menge und die k können jetzt Elemente aus derselben Menge sein oder sie könnten auch aus einer anderen Menge kommen. Gesucht wird dann entweder eine Auswahl von eben k Objekten aus der Menge n oder eben eine Zuordnung von diesen k neuen Objekten aus der anderen Menge k zu den Objekten aus der Menge n, für die jeweils ganz bestimmte Bedingungen gelten sollen. Dabei kommt es vor allem auf zwei Unterscheidungen an. Erstens darf man Elemente aus n mehrfach auswählen bzw. wiederholt den Objekten aus k zuordnen und zweitens spielt die Reihenfolge der k Objekte eine Rolle oder hat sie bei der Zuordnung oder Auswahl keine Rolle. Denken Sie mal vorläufig ans normale Lotto. Den sechs Gewinnzahlen wird je eine von 45 möglichen Zahlen zugeordnet. Da wäre jetzt die Reihenfolge der Zuordnung eigentlich egal, aber es dürfte keine der 45 Zahlen mehrfach vorkommen. Wir beginnen mit einem etwas anderen Beispiel. Nehmen Sie einmal an, Sie haben drei gut unterscheidbare Sessel und die sollen jetzt eingefärbt werden. Meinetalben auch nur die Polster neu bezogen, wenn Ihnen das realistischer vorkommt. Ihnen stehen dabei zehn Farben, also meinetalben zehnfarbige Bezugsstoffe zur Verfügung. In unserem Beispiel wäre n die Menge der Farben, es gibt zehn Farben und K wären die Sessel, davon gibt es drei Stück. Es steht dann nirgends, dass eine Farbe nur einmal verwendet werden darf, also sind Wiederholungen zugelassen. Außerdem kommt es auf die Reihenfolge an. Ob ich den ersten Sessel rot, den zweiten grün und den dritten blau färbe oder beziehe, soll eine andere Möglichkeit sein, als wenn ich den ersten grün, den zweiten blau und den dritten rot einfärbe oder beziehe. In der Aufgabenstellung steht ja auch verschiedene Sessel, also kann ich die schon vor dem Färben unterscheiden und interessiere mich jetzt wirklich dafür, welcher Sessel welche Farbe abbekommt. Also n gleich zehn, mehrfach verwendbare Farben, K gleich drei Sessel, deren Reihenfolge wichtig ist. Für den ersten Sessel habe ich zehn mögliche Entscheidungen, eine der zehn Farben auszuwählen. Für den zweiten Sessel habe ich wieder zehn mögliche Entscheidungen, eine der zehn Farben auszuwählen. Und für den dritten und letzten Sessel sind es wieder zehn mögliche Entscheidungen. Das ist also einfach wieder unser Fall aus Corolla 1.7 aus dem ersten Teil. Wir bilden K-stellige Wörter, das wären hier die Sesselfärbungen, über einem Alphabet mit zehn Symbolen. Das wären in diesem Fall die Farben. Wir multiplizieren also jeweils bzw. schreiben direkt 10 hoch 3 hin. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte bei zugelassenen Wiederholungen, also N hoch K-Möglichkeiten. Man nennt diesen Fall auch Permutationen mit Wiederholung. Jetzt ein anderer Fall. In einem Klassenraum sind drei SchülerInnen und drei wiederum verschiedene Sessel stehen in einer Reihe. Wir fragen uns, in wie vielen verschiedenen Reihenfolgen sich die SchülerInnen auf die Sessel setzen können. Frei nach Monty Python gilt dabei, jeder bitte nur einen Sessel. Also sind diesmal Wiederholungen nicht zugelassen und die Sessel sind wieder verschieden. Es kommt also gerade darauf an, wer auf welchem Sessel sitzt. Die Reihenfolge wird also berücksichtigt. Außerdem haben wir drei SchülerInnen, N und drei Sessel, K. Das ist also eigentlich ein Spezialfall. Wir schauen dann nachher noch, was passiert, wenn ich weniger Sessel als SchülerInnen hätte. Für die drei SchülerInnen nehme ich wieder drei Farben. Dann ist mal eine Möglichkeit Rot-Grün-Blau. Die zweite ist Rot-Blau-Grün. Die dritte ist Blau-Rot-Grün. Die vierte ist Blau-Grün-Rot. Die fünfte ist Grün-Rot-Blau. Und die sechste und letzte ist Grün-Blau-Rot. Warum ich sicher bin, dass das alle sind? Nun, ich habe zunächst immer eine der drei Farben für den ersten Sessel hergenommen. Rot, Blau und Grün. Und dann habe ich beim zweiten und dritten Sessel jeweils die anderen beiden Farben genommen und einfach noch mal die Plätze vertauscht. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Mehr geht aber offenbar nicht und doppelt ist da auch nichts gezählt. Aber ich habe jetzt letztlich doch wieder alle Fälle einfach einzeln abgezählt, sozusagen Brute Fours. Das wollte ich ja eigentlich gerade vermeiden. Also schauen wir mal dieselbe Frage, aber für vier SchülerInnen und vier verschiedene Sessel. Es ist also hier N gleich 4 und es ist K gleich 4 und Wiederholungen bei den N sind nicht zugelassen. Keine SchülerInnen bekommen zwei Sessel. Und die Reihenfolge ist wichtig. Die Sessel sind verschieden. Für den ersten Sessel haben wir vier Möglichkeiten, jemand auszuwählen, der sich da drauf setzt. Beim zweiten Sessel bleiben nur mehr drei SchülerInnen über, aus denen gewählt werden kann. Das sind zwar je nach Auswahl beim ersten Sessel unterschiedliche SchülerInnen, aber es sind jedenfalls immer genau drei SchülerInnen. Beim dritten Sessel habe ich nur mehr zwei SchülerInnen zur Auswahl. Und beim letzten haben wir dann eigentlich gar keine Auswahl mehr. Es gibt nur noch eine Person ohne Sessel und die bekommt den letzten Sessel. Auch hier dürfen wir multiplizieren. Wenn der erste Sessel rot ist, so schränkt das zwar die Auswahl der Farben beim zweiten Sessel ein, aber welche der drei anderen Farben dann ausgewählt wird, ist wieder eine ganz freie Entscheidung, die nicht von der Farbe des ersten Sessels abhängt. Ganz wichtig, wir zählen auch nichts doppelt. Die Sitzreihenfolgen, wo wir den ersten Sessel mit rot für, sagen wir mal, Robert eingefärbt haben, sind in jedem Fall andere Möglichkeiten als die, wo wir den ersten Sessel blau für, sagen wir mal, Bertha eingefärbt haben. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, wobei Wiederholungen nicht zugelassen sind, also N mal N-1 mal und so weiter und so fort mal 1 Möglichkeiten, wenn N gleich K gilt. Da steht also einfach das Produkt der ersten N-natürlichen Zahlen nur eben falsch herum. Das nennt man auch N-Fakultät und schreibt das so kurz als N-Rufzeichen. Die Taste gibt es eigentlich auch auf jedem wissenschaftlichen Taschenrechner. Aber wie schaut das Ganze aus, wenn wir weniger Sessel als SchülerInnen haben? Also sagen wir mal, wie können sich zwei von drei SchülerInnen auf zwei verschiedene Sessel setzen? Da wäre alles wie vorher. Wiederholung nicht erlaubt, Reihenfolge ist wichtig, aber N wäre 3 und K wäre nur 2. In diesem Fall geht es noch leicht. Wir stellen erstmal Sessel für alle drei SchülerInnen hin. Da gab es ja bekanntlich sechs Möglichkeiten. Und jetzt nehmen wir dann überall einen Sessel weg, dann haben wir aber noch genauso viele Möglichkeiten, also wieder sechs, weil beim letzten Sessel hatten wir ja eh gar keine Wahl mehr gehabt und der, der normalerweise den letzten Sessel bekommen hätte, der bleibt jetzt einfach stehen oder die. Okay, müssen wir also noch einen etwas komplizierteren Fall anschauen, um da überhaupt ein allgemeines Prinzip zu erkennen. Sagen wir mal, wir hätten N gleich zehn SchülerInnen, aber nur K gleich vier Sessel. Dann hätten wir wieder für den ersten zehn SchülerInnen, für den zweiten nur noch neun, den dritten acht und den vierten sieben. Alle anderen sechs SchülerInnen kriegen dann keinen Sessel. Da müssen wir also nichts mehr unterscheiden oder irgendwie nochmal sechs mal fünf oder so nehmen. Im Allgemeinen gibt es also für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, wobei Wiederholungen nicht zugelassen sind, N mal N-1 mal Punkt, Punkt, Punkt mal N-K plus 1 Möglichkeiten. Wieso ist der letzte Faktor da N-K plus 1? Weil wir genauso viele Faktoren wie Sessel benötigen, also K-Faktoren. Der erste Faktor ist aber N, also quasi N-0 und wenn Sie dann K weiterzählen, dann landen Sie nicht bei N-K, sondern nur bei N-K plus 1. Diesen allgemeinen Fall nennt man auch Permutationen ohne Wiederholung. Diesen allgemeinen Fall nennt man auch Permutationen ohne Wiederholung. Bevor wir zur nächsten Grundaufgabe kommen, noch ein paar Anmerkungen zu Permutationen ohne Wiederholung und zu den Fakultäten. Zunächst ist es einmal sinnvoll zu sagen, was Nullfakultät sein soll. Da es eine Möglichkeit gibt, aus nichts eben wieder nichts auszuwählen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, das einfach pragmatisch mit 1 festzulegen. Fakultäten sind, wie Sie wohl schon bemerkt haben, einfach nur ein Spezialfall für N ist gleich K bei den Permutationen ohne Wiederholung. Das haut auch mit der allgemeinen Formel genau hin, denn da steht ja dann N minus N plus 1 als letzter Faktor und das ist ja gerade 1. Man geht also in der Formel für Permutationen ohne Wiederholung genau bis zur 1 zurück, dann ergeben sich die Fakultäten. Manche Taschenrechner haben eine NPR-Taste. Da können Sie zuerst N eingeben, dann drücken Sie diese Taste und dann geben Sie das K ein und dann kommt das raus. Statt K wird international halt gerne eine R verwendet, deswegen steht da nicht NPK, sondern NPR. Wer so eine Taste nicht hat, möchte die Permutationen ohne Wiederholung eventuell nur mit Fakultäten ausdrücken und die Pünktchen da weg bekommen. Man erweitert dazu einfach mit N minus K Fakultät und erhält dann den Bruch N Fakultät durch N minus K Fakultät, den man als Kurzbeschreibung für diesen Fall nutzen kann. Für die Berechnung kann dieser Bruch hingegen Probleme machen, weil N Fakultät einfach sehr rasch, sehr groß wird. 100 Fakultät durch 98 Fakultät schafft kaum ein Taschenrechner. Und eigentlich müssen Sie da ja nur 100 mal 99 rechnen. Also ist das auch nicht wirklich einfacher oder kürzer, das einzige im allgemeinen Fall sparen Sie sich halt die Pünktchenschreibweise. Wir kommen zur nächsten Grundaufgabe. Diesmal haben wir fünf Sessel, die schon von vornherein verschiedenfärbig sind. Von denen möchten Sie im Schlussverkauf drei Stück kaufen. Das ist jetzt der Fall, wo die Reihenfolge egal ist. Wir interessieren uns nur dafür, welche Sessel Sie kaufen möchten, aber die Reihenfolge, in die Sie die dann jetzt zum Beispiel bestellen, die soll egal sein. Ist ja dasselbe, ob Sie sagen, ich nehme den roten, den blauen und den grünen Sessel oder ob Sie sagen, ich nehme den grünen, den blauen und den roten Sessel. Hinterher haben Sie im Endeffekt dieselben Sessel gekauft. Mehrfachauswahl, also Wiederholung, ist hier nicht erlaubt. Sie können nicht den roten und den roten Sessel kaufen. Der Händler hat nur mehr je genau einen Sessel pro Farbe. Bei so kleinen Zahlen ist es noch möglich, sich da wieder systematisch alle Fälle aufzuschreiben. Er gibt hier genau zehn Stück, aber das wollten wir ja gerade nicht machen. Wir wollen versuchen, die Lösung auf einen schon bekannten Fall zurückzuführen, wo das dann immer funktioniert. Und da ist es naheliegend, eben das doch zu tun, was ich gerade als unnötig bezeichnet habe. Wir tun so, als wäre die Reihenfolge beim Bestellen doch wichtig, denn dann sind wir wieder im Fall Permutation ohne Wiederholung. Es gibt 5 mal 4 mal 3 gleich 60 Möglichkeiten, nacheinander drei von den fünf Sesseln zu bestellen. Jetzt kommt die spannende Frage. Dabei haben wir jetzt gleichwertige Bestellungen mehrfach gezählt. Zum Beispiel haben wir gezählt Rot-Grün-Blau als eine Möglichkeit und Blau-Rot-Grün als eine andere Möglichkeit. Die Frage ist nun, wie oft wurde jede dieser gleichwertigen Farbkombinationen mehrfach gezählt? Die Antwort darauf sind aber wieder die Fakultäten. Wir fragen danach, wie viele Möglichkeiten es gibt, drei Sesselfarben auf drei Bestellplätze anzuordnen. Und das ist drei Fakultät oder 3 mal 2 mal 1 oder 6. Insgesamt haben wir damit 5 mal 4 mal 3 durch 3 mal 2 mal 1. Das kann man sich so merken, dass man im Zähler und Nenner je drei Faktoren hat, weil K ist 3. Im Zähler wird von N ist gleich 5 heruntergezählt. Im Nenner wird bis K ist gleich 3 heraufgezählt. Man kann das auch mit Fakultäten schreiben. Dann ist das 5 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 Fakultät. Und diese Zahlen sind so wichtig, dass sie sogar ein eigenes Zeichen bekommen, dass man als 5 über 3 oder als N über K liest und welches man den Binomialkoeffizient nennt. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten ohne Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte und ohne Wiederholung also N über K-Möglichkeiten. Man nennt diesen Fall auch Kombinationen ohne Wiederholung. Noch ein paar Anmerkungen zu den Binomialkoeffizienten. N über 0 legen wir wieder als 1 fest, weil es eine Möglichkeit gibt, nichts ohne Beachtung der Reihenfolge zu ziehen. So wie die Binomialkoeffizienten definiert sind, sieht man außerdem direkt, dass N über K genau dasselbe ist wie N über N-K. Sie müssen ja nur im Nenner N-K-Fakultät und K-Fakultät die Reihenfolge vertauschen. Das ist auch inhaltlich erklärbar, ob Sie K-Objekte aus einer Menge mit N-Objekten auswählen oder ob Sie die N-K-Objekte auswählen, wo Sie sagen, die habe ich jetzt nicht ausgewählt. Das läuft faktisch auf dieselbe Anzahl an Möglichkeiten hinaus. Am Taschenrechner gibt es Binomialkoeffizienten manchmal als N-C-R-Taste. Die funktioniert genauso wie die N-P-R-Taste. Binomialkoeffizienten heißen die Dinger dann, weil sie als Koeffizienten, das heißt als Vorfaktoren von A hoch N-K mal B hoch K beim Ausmultiplizieren der binomischen Formel vorkommen. Das schauen wir uns gleich noch kurz an der virtuellen Tafel an. Schließlich sei noch erwähnt, dass man die Zahlen rekursiv mithilfe des sogenannten paskalischen Dreiecks berechnen kann. Das heißt so zu Ehren von Blaise Pascal, also ungefähr 17. Jahrhundert, aber dieses Dreieck und der Bezug zu diesen Kombinationen ohne Wiederholung, den hat man schon deutlich früher im frühen Mittelalter in China und in Indien etwa gekannt. Schauen wir uns das mal kurz an der virtuellen Tafel an, dieses paskalische Dreieck und die Binomialkoeffizienten. Wir möchten jetzt verstehen, warum sich der Term N über K mal A hoch N minus K mal B hoch K ergibt, wenn man einen Ausdruck der Form A plus B hoch N ausmultipliziert. A plus B hoch N ist ja nichts anderes als A plus B mal A plus B mal Punkt, Punkt, Punkt mal A plus B und hier haben Sie insgesamt N Klammern. Wenn Sie jetzt A hoch N erhalten sollen, wie funktioniert das eigentlich, Klammern ausmultiplizieren? Ja doch wohl so, dass man dieses A nimmt und das jetzt mit dem A und mit dem B mal nimmt und dann geht das so weiter. Man muss aus jeder Klammer immer eins auswählen. Also einmal kommt A mal A mal A mal A, wo ich die ganzen A ausgewählt habe. Dann gibt es eins, da wähle ich nur ein A aus und sonst wähle ich aus jeder Klammer das B aus. Oder ich wähle überall nur Bs aus. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Term hier oben strukturiert ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne aus keiner Klammer das B ausgewählt. Was passiert dann? Also N über Null, es gibt genau eine Möglichkeit, so dass Sie aus keiner Klammer ein B auswählen. Wenn Sie aus keiner Klammer ein B auswählen, wählen Sie überall ein A aus. Da kommt also A hoch N raus mal B hoch Null. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich möchte aus jener Klammer das B ausgewählt haben, dann haben Sie auch wieder eine Möglichkeit. Aber Sie haben jetzt hier stehen A hoch N minus N ist Null und mal B hoch K ist B hoch N. So und jetzt vielleicht auch mal irgendwas mittendrin. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wählen ein N aus und wählen aus zwei Klammern zum Beispiel, wählen Sie jetzt das B aus von diesen N Klammern und dann hätten Sie da stehen, N über 2, das ist N mal N minus 1 geteilt durch 2 mal 1 mal und jetzt bei A hätten Sie stehen, A hoch N minus 2 und bei B hätten Sie stehen, B hoch 2. So, ist das jetzt richtig? Wir probieren das mal für einen kleinen Fall aus. Der kleine Fall ist A plus B hoch 3. A plus B hoch 3 ist gleich A plus B mal A plus B mal A plus B mal A plus B. Und da haben Sie vielleicht in der Schule schon gelernt, das ist 1 mal A hoch 3 plus 3 mal A Quadrat mal B plus 3 mal B Quadrat mal A plus 1 mal B hoch 3. Das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal, N ist in diesem Fall 3. Setzen wir das mal oben ein. Hier mache ich noch so Doppelpunkte, damit klar ist, das ist nicht genau dasselbe, sondern das ist natürlich immer nur der Vorfaktor. So, jetzt also schauen wir mal. N über 2 eingesetzt, hätten wir hier also 3 über 2 mal und jetzt A hoch N minus 2 ist A hoch 1 mal B hoch 2. Das wäre also dieser Term hier. Ich habe es jetzt hier blöd hingeschrieben, das B und das A andersrum. Das ist aber genau dieser Term. Da sollte jetzt 3 rauskommen. Schauen wir mal. 3 mal 2 durch 2 mal 1 mal A hoch 1 B Quadrat. Ja, das sieht ja gut aus, weil da kommt jetzt wirklich raus 3 mal B Quadrat mal A. So, jetzt haben wir das verifiziert. Das stimmt tatsächlich immer. Deswegen heißen die Dinger Binomialkoeffizienten. So, jetzt noch zum Pascal'schen Dreieck. Beim Pascal'schen Dreieck, da haben wir ja hier erstmal die erste Zeile, da schreiben wir eine 1 hin. Jetzt können wir uns direkt merken, diese 1 steht für den Binomialkoeffizienten 0 über 0. Jetzt geht es in die zweite Zeile und da schreiben wir nochmal eine 1 hin und nochmal eine 1 hin. Diese erste 1 hier, die steht für 1 über 0 und die zweite steht für 1 über 1. Und jetzt gehen wir in die nächste Zeile und da steht 1 und in der Mitte steht die Summe 2 und außen steht wieder die 1. Hier außen steht die 2 über 0. In der Mitte steht die 2 über 1 und außen steht die 2 über 2. So, jetzt sehen Sie schon, jetzt geht es in die dritte Zeile. Die male ich mal noch hin. Da haben wir die 1 außen, ist wieder die 3 über die 0. Keine Auswählen aus 3 gibt es 1 und 3 auswählen aus 3 gibt es auch wieder eine Möglichkeit. So, jetzt kommt hier wieder die Summe hin. Die Summe ist hier wieder 1 plus 2 ist also 3. Das ist gleich 3 über 1. Und hier kommt nochmal die 3 hin als Summe von den beiden Zahlen und das ist 3 über die 2. Und so geht das tatsächlich immer weiter. Jetzt schreiben wir das noch als Rekursionsformel. Sagen wir mal, das hier ist die Zeile n. Zeile n. Und das hier ist die Spalte k. Jetzt gucken wir, wie kommt dann n über k zustande. Und zwar so, jetzt geht es eine Zeile höher und einen weiter zur Seite. Also haben wir da n minus 1 über k minus 1. Und dazu addiert wird 2 über 1 und das ist plus, ja, selbe Spalte, also hier k, das ist da auch der erste. Und aber eine Zeile darüber, also n minus 1. Und das hier ist dann die berühmte Rekursionsformel für die Berechnung der Binomialkoeffizienten. Warum die stimmt, kann man jetzt dadurch zeigen, dass man hingeht und löst das hier in diese Fakultätsschreibweise auf. Das machen wir aber nicht in dem Video, das dauert so lange. Das können wir gerne in der Präsenzveranstaltung machen. Wir kommen zum letzten, etwas schwierigeren Fall. Wir nehmen jetzt mal an, ein Hersteller produziert Sessel in 5 Farben. Es gibt je Farbe, also beliebig viele Sessel zu kaufen. Und sie möchten 10 Stück bestellen. Hier haben wir jetzt wieder n ist gleich 5, aber diesmal darf man mehrere, zum Beispiel auch 5 oder 6 rote Sessel kaufen. Wiederholungen sind also zulässig. Die Reihenfolge der Bestellung ihrer k gleich 10 Sessel ist aber wieder egal. Im Unterschied zu den Permutationen mit Wiederholung spielt also die Reihenfolge gerade keine Rolle. Und im Unterschied zu den Kombinationen ohne Wiederholung ist eine wiederholte Auswahl derselben Farbe möglich. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich nehme halt diese 10 hoch 5 Möglichkeiten, die ich bei den Permutationen mit Wiederholung hätte, und dividiere das anschließend einfach durch die Zahl der Mehrfachzählung. Das scheitert aber hier daran, dass in diesem Fall nicht jede der Kombinationen bei den Permutationen mit Wiederholung gleich häufig mehrfach gezählt wird, wenn wir sie als Kombination mit Wiederholung interpretieren wollen. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, schauen wir uns im Beispiel mal an. Nehmen wir mal an, wenn Sie 10 rote Sessel bestellen möchten, dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit. Sie sagen 10 mal hintereinander rot, 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 rot und so weiter. Oder Sie sagen direkt, ich hätte gern 10 rote Sessel. Hier würde also bei den Permutationen mit Wiederholung, das ist unten, genauso oft gezählt wie bei den uns eigentlich interessierenden Kombinationen mit Wiederholung, das ist oben. Bei 9 roten und einem blauen Sessel ergeben sich hingegen 10 mögliche Reihenfolgen, wenn man die Sessel immer einzeln nacheinander bestellen würde. Dieser Fall würde also bei den Permutationen 10 mal öfter gezählt als bei den Kombinationen, die uns eigentlich interessieren. Und bei den 2 blauen und 8 roten Sesseln gibt es dann schon 10 mal 9 durch 2 mal 1 ist gleich 45 Möglichkeiten, die einzeln nacheinander zu bestellen. Der Fall würde jetzt also sogar 45 mal gezählt werden. Wir können also nicht einfach die Permutationen mit Wiederholung durch irgendeine feste Zahl dividieren, weil dort eben gar nicht jede Möglichkeit gleich viele Bestellreihenfolgen hat. Wir brauchen eine andere Idee. Diese Idee kann man Stars and Stripes nennen und die geht etwa so. Hier sind mal zwei Möglichkeiten aufgemalt, so 10 Sessel in den 5 Farben zu bestellen. Wobei ja durchaus auch mal eine Farbe fehlen darf, wie etwa Rot in dem unteren Beispiel kommt das gar nicht vor. Jetzt denken wir uns, die wären auf so einem Bestellzettel angegeben gewesen, dadurch, dass wir immer in jedes Kasterl so viele Sessel malen, wie wir bestellt haben wollen. Da sagen sie jetzt vielleicht, mach doch einfach ein Kreuzerl, statt da immer beppert die Sessel hinzumalen. Die Amerikaner machen aber kein Kreuzerl, sondern die machen Stars. Und die Stripes sind jetzt einfach die Trennlinien zwischen den Sesselfarben. Ich muss da ja gar nicht so ein rotes, grünes, blaues und so Kasterl hinmalen. Ich muss mir nur merken, dass vor dem ersten Stricherl die roten Sessel sind, zwischen dem ersten und dem zweiten die grünen Sessel und dann so weiter und so weiter. Insgesamt hat man jetzt hier in dieser Zeile nur noch 14 Zeichen stehen, 10 Stars für die Sessel und 5 minus 1 gleich 4 Stripes, die die Unterteilungen zwischen diesen Farben markieren. Und jetzt können wir auf einmal wieder einfach zählen. Wir müssen nämlich nur zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, die 4 Unterteilungen, Stripes oder eben die 10 Sternchen auf diese 14 Positionen anzuordnen. Das wissen wir aber bereits, denn jetzt geht es darum, wie wir bei 14 Positionen 4 ohne Wiederholung, ohne Beachtung der Reihenfolge auswählen. Also Kombination ohne Wiederholung. Also 14 über 4 oder halt 14 über 10 wäre ja dasselbe. Zurück übersetzt in den ursprünglichen Kontext bedeutet das, dass wir für 10 Sessel aus 5 verschiedenen Farben mit Wiederholung und ohne Beachtung der Reihenfolge 5 minus 1 plus 10 über 5 minus 1 Möglichkeiten haben. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten ohne Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, aber Wiederholungen erlaubt. Also N plus K minus 1 über N minus 1 bzw. über K-Möglichkeiten. Zusammengefasst kann man das in so eine Tabelle geben, wo jeweils die zwei Entscheidungen die Zeilen bzw. die Spalten bilden. Einmal fragen wir, spielt die Reihenfolge eine Rolle? Da können wir Ja, Nein antworten und das andere Mal fragen wir, sind Wiederholungen zugelassen? Und da sind auch die Antworten Ja oder Nein möglich und dann entstehen genau diese vier Modelle, die wir vorher kennengelernt haben. Zur Erinnerung, Fakultäten tauchen da jetzt nicht als eigener Fall auf. Die sind ja eigentlich nur ein Spezialfall für Ja, Reihenfolge wichtig, Nein, Wiederholung nicht gestattet, nämlich der Spezialfall, wenn N genau gleich K ist. Damit sind wir dann auch bereits wieder am Ende des Vorlesungsteils des zweiten Kapitels dieser Lektion angekommen. Ihnen wieder viel Erfolg bei der Schnitzeljagd und im Anschluss, wenn Sie mögen, bei den Übungen.